Ja, aber vielleicht, ja, wir arbeiten an der Datenbank, ja, das wäre es. Da müssen wir mit der Career noch reden. Das ist viel mehr. So, und das ist jetzt also das Projekt. Ziel ist, wir haben im letzten Jahr Neustart hier auf der CeBIT das erste Mal vorgestellt. Das Ganze noch digital, sehr viele Ideen mit dabei gewesen. Was wir dieses Jahr sehen, dass wir wirklich sehr viele Praxisbeispiele mit dabei haben. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.